Moin und herzlich willkommen zur 825. in Rohstoff, Tagesausgabe der Formations-Trader am Montag, dem 18. August 2014 und der Blick auf die Rohstoff-Liste. Wir sehen Silber am stärksten, ungewohntes Bild, wenn auch nur plus 0,6%, Gas plus 0,5%, Kupfer plus 0,4%, da oben nicht viel los, aber die Energiewerte heute wieder. Schauen Sie sich das an, Kult, minus 1,2%, Airwolf Gasoline minus 2% und Brand, zackertumhafte, minus 2%. Und wenn es Ihnen aus den Ohren rauskommt, stellen Sie sich vor, wir hätten bei Brand, als Sie hier in den Markt gegangen sind und wir hatten ja gesagt, Freunde, politischer Markt, vorsichtig, Stop-Loss enger, mal gucken, wo er hinlaufen will und dann haben wir alles in allem ein kleines Plus gemacht und haben ja sogar hier nochmal etwas auf der Short-Seite getradet. Aber stellen Sie sich mal vor, wir hätten hier keinen Stop-Loss drin gehabt. Das wären mittlerweile 12%. Der Markt kann noch so bullish aussehen, der kann noch so stark aussehen, der kann noch so mit Volumen ausbrechen. Der Markt kann machen, der Markt darf alles und der Markt macht mit dir, was er will, weil er der Chef ist. Und du bist einfach nur der blöde Angestellte. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Und du machst ständig das, was der Chef sagt. Heute sagt der Chef, los, kauf. Dann kaufst du und morgen sagt der Chef, nix mehr mitkauf, verkauf. Und dann kannst du nicht sagen, nee Chef, du hast aber vor fünf Tagen gesagt, kaufen, das sehe ich nicht ein. Okay, kannst du machen, aber der schmeißt dich raus. Respektive, er kostet nicht richtig viel Kohle. Zweifelsohne muss man sagen, Brand ist jetzt überverkauft. Hier haben wir auch über den 4-Stunden-Stand eine bärische Keilformation. Aber was interessiert mich jetzt? Dieser gefallene Engel, der 12% abgegeben hat. Das ist ganz sicher sehr interessant für Skype-Trader, für antizyklische Trader, die jetzt hier irgendwie im Bereich dieser Unterstützung irgendwie was, irgendwas sich ruchen wollen. Im Bereich der Runden 100$, ob es jetzt die 100$ selbst ist oder ein bisschen drüber ist, interessiert uns überhaupt nicht. Was uns viel mehr interessiert, ist Silberbieter. Ich habe Ihnen gesagt, wenn bei Silberstärke reinkommen sollte, würden wir uns durchaus interessieren für Silberminenaktien. Und ich könnte Ihnen jetzt irgendeine abgefahrene Aktie zeigen, die jetzt bei 5$ ist und sagen, hier das Ding hat besondere Stärke zu erwarten, wenn bei Silberstärke reinkommt. Und im Gegensatz zum Beispiel, wenn bei Silber läuft, wenn Silberbieter, jetzt sage ich ganz bewusst irgendeine Zahl, damit die Leute nicht denken, ah so und so viel Prozent läuft das Ding. Wenn Silberbieter um 1% läuft, dann läuft meinetwegen diese Aktie um 1,5%. Würden Sie alle auch viel cooler finden. Silberbieter kennen alle, ist so ein bisschen so, ja, Mensch, lieber was anderes. Die anderen Werte, eine andere Silberminenaktie habe ich Ihnen beim Webinar vor einigen Wochen gezeigt, auch sehr interessant. Ich finde das Setup hier einfacher und B, Silberbieter ist fundamental wirklich grundsolide, ist eine der wirklich besseren Silberminen im Vergleich auch zu den kleineren. Was haben wir denn hier bei Silberbieter? Erstens, weit, weit zurück, große bullische Keilformation, die noch lange nicht das gesamte Potenzial abgearbeitet hat. Dann haben wir hier eine bärische Formation gebildet, nämlich, das ist die Stange und das hier ist das Dreieck und das haben wir aber bullisch aufgelöst, nachdem wir es kurz bärisch anaufgelöst haben und ich sage es Ihnen immer wieder, wenn Sie diese Videos verfolgen, kennen Sie das, wenn ein Dreieck erst bärisch aufgelöst wird und dann es keine Fortsetzung gibt, dann hat der Markt durchaus Potenzial auf der anderen Seite sehr stark und sehr dynamisch zu laufen. Interessant ist aber auch, haben wir lange Zeit immer wieder miteinander besprochen, Ausverkauf, bärische Konsolidierung. Das Interessante war nur, dass in der bärischen Konsolidierung so viel Volumen reinkam, viel mehr Volumen als im Ausverkauf und meistens, Sie werden es kennen, wenn Sie lange genug dabei sind, sagen wir immer wieder, Leute, wenn in der Konsolidierung, wenn in der Nebenbewegung mehr Volumen ist als in der Hauptbewegung, muss man vorsichtig sein, ob der Markt wirklich eine neue Hauptbewegung machen will oder ob das möglicherweise hier dann eine Trendumkehr geben wird. Wir lösen das Dreieck bullisch auf und wir testen einmal, zweimal, jetzt ein drittes Mal das Dach des Dreiecks und nicht ganz sauber, aber in etwa sieht aus wie eine bullische Flaggenformation gleichzeitig. Wir sind in der Nähe von 25 Dollar. Wir sitzen, hier kann man es vielleicht besser sehen, auf dem Dach eines Dreiecks, was wir bullisch aufgelöst haben. Die K- und D-Linie sind um die 80er oberhalb der 80er umeinander geschlungen. Wir haben Stärke hier im Momentum vom Wochenchart und wir haben Potenzial, hier eine bullische Bewegung zu sehen. Wir wollen aber noch ein bisschen Stärke von Silberbetern sehen. Wenn die Stärke reinkommt, traden wir das sehr gerne für Sie über unsere Triggerliste. Das ist ein ganz heißer Watch-Kandidat. Dafür muss bei Silber noch ein bisschen mehr Stärke reinkommen und dann würden wir das auch sehr gerne traden. Wir würden aber, weil wir hier die Unterstützung traden, einen kleinen Fuß reinsetzen, eine kleine Position reintun, mit einem engeren Stop-Loss arbeiten. Wir haben große Chancen, wenn der Markt in unsere Richtung laufen sollte, aber wir haben keine großen Wahrscheinlichkeiten. Und deswegen, Freunde, ihr kennt es, entweder hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit und dann kannst du mehr Risiko ins Geld geben oder du hast eine niedrige Wahrscheinlichkeit und höheres Risiko in dem Sinne, aber noch viel größere Chance und dann willst du bitte, weil du ein höheres Risiko hast nicht auch noch hohes Risiko im Geld haben. Klar, wenn du vom Dach eines zehnstöckigen Hauses runterspringst und dann noch schaffst, gegen Geländer zu kommen, ohne dass du dir wehtust und von da aus nochmal auf ein niedrigeres Dach springst und so weiter und so von am Ende unten ankommst und das ohne Helm und doppelten Boten, bist du der Allercoolste. Nur, wenn es nicht dir gelingt, dann war es dein allerletzter Stand. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, wenn wir jetzt auch noch richtig viel Kohle reinpacken, das Ding läuft, oh ja, was könnten wir noch angeben und hier Riesenposition und x 1000% und hast du nicht gesehen und 1, 2, 3, interessiert uns nicht. Uns interessiert Systematik. Wenn du immer wieder Systematik in dein Trading reinbringst, dann kommen solche Dinger. Schauen Sie sich das an, das hier Auto-Home habe ich in letzter Woche gezeigt. Es läuft einfach weiter und wir lassen den auch einfach weiterlaufen. Wir nehmen vielleicht einen Teilgewinn mit, aber wir lassen den einfach weiterlaufen. Das sind mittlerweile, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube, das müssten mittlerweile über 20% sein und das Ganze in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Handelstagen. Wenn du immer wieder das Gleiche machst, dann kommt manchmal dann der Chef und das ist ja der Markt und der sagt, hey Trader, heute kriegst du eine richtig, richtig saftige Belohnung. Dafür musst du immer wieder auf den Markt hören und die Frustration negativ ausgestoppt zu werden. Das musst du einfach als Teil des Trainings akzeptieren. Eine Sache sage ich Ihnen noch aus edukativer Sicht. Leute, wie häufig kommt ihr nach Hause und habt irgendwie schlechte Laune oder irgendwie ihr müsst vielleicht eure Steuern machen, da habt ihr keinen Bock drauf oder ihr müsst irgendeine Mail schreiben oder eine Rechnung bezahlen oder weiß der, wer auch immer, was man machen muss. Und dann denkt man sich, komm, mal gucken, was so im Markt los ist. Dann macht man so den Computer an, guckt so, was irgendeiner schreibt. Und dann denkt man sich, oh, kaufe ich ein bisschen hier und verkaufe ich ein bisschen da. Im Grunde genommen handelt ihr nicht. Im Grunde genommen schiebt ihr nur eine andere Geschichte auf. Und so kann man nicht erfolgreich handeln. Was ich euch damit sagen will, ist, Positionen zu handeln, zu kaufen und zu verkaufen. Ich habe Ihnen gesagt, ich werde in den nächsten Wochen immer wieder darauf hinweisen, ich habe ja immer wieder irgendwelche Themen, die wir dann immer wieder besprechen. Wenn man irgendetwas einfach nur kauft oder verkauft, weil es einem ein gutes Gefühl gibt, dann ist das nicht professionell. Dann geht lieber in die Stadt und kauft euch, ich weiß nicht, kauft euch ein Hemd, kauft euch einen Anzug, kauft euch Schuhe. Finde ich auch nicht so hilfreich, wenn man durch eine Übersprungshandlung versucht, sich besser zu fühlen. Nur dann noch ins Risiko zu gehen, um in der Hoffnung aus dem Risiko mehr Gewinn zu machen, ist nicht hilfreich. Trading, egal ob dein Depot 500 Euro hat, 1000 Euro hat oder 500.000 Euro hat. Es ist immer, eine Profession und deswegen warten wir auch bei Silver Vita es ab, dass hier noch ein bisschen Stärke in den Markt kommt und solange das nicht da ist, wenn wir hier auch nichts anfassen. Wenn wir auf Silver selbst schauen, dann muss man sagen, Silver macht zwar aktuell plus 0,4%, aber was wir hier haben ist tieferes Hoch und tieferes Tief. Wir haben nach wie vor die K&D-Linie umeinander geschlungen unterhalb der 20er Marke. Wir sind auch hier auf dem Dach des Dreiecks angekommen, nur dass das Dach bei Silver deutlich steiler nach unten abfällt und entsprechend auch Silver deutlich mehr abgegeben hat als zum Beispiel Silver Vitae selbst. Große Unterstützungszone, wenn Silver diese Unterstützung bärisch aufgibt. 1940, insbesondere über den Stundenchart, hier diese Trend unterstützende Linie, die wir einmal kurz unterschritten haben, das wäre dann hier im Bereich von 1940. Wenn wir da drunter fallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Richtung 19 Dollar gehen sollten, deutlich größer. Das bedeutet zum einen, dass wir hier diese aufsteigende Trendlinie testen, möglicherweise dann sogar wieder in Richtung der horizontalen Unterstützung zwischen 18.80 und 19 Dollar fallen können. Im Moment, das ist aber meine Meinung, deswegen traden wir bitte nicht meine Meinung, sehen wir viele Unterstützungen. Der Markt hat Potenzial, dass diese Unterstützungen hier zwischen 1940 und 1930 durchaus halten. Ein bisschen aufgehellt wird das Bild, wenn wir über den Stundenchart, das uns zurückholen können, was uns lange, lange Zeit Unterstützung geboten hat, nämlich schon seit dem 6.8. Unterstützung, Unterstützung und dann mit Karacho abverkauft worden, dran gescheitert. Was aber den Silberbären bis jetzt nicht gelingt, ist wirklich die signifikant tieferen Tiefs zu machen. Einmal abverkauft worden, zurückgekommen, ein bisschen das tiefere Tief gemacht. Die Frage ist, schaffen die das jetzt hier, die signifikant tieferen Tiefs zu machen oder nicht? Schaffen es die Bären durch die 19, 28, per Stunde Schlusskurs, dann ist das Ziel 1990 mit der 200-Stunden-Linie und schauen sich das an, wie lange wir hier das als Widerstand haben. Das wäre eine potenzielle Widerstandsmarke, dann wieder Test in 1975. Wahrscheinlicher sollte der Markt besonders viel Stärke zeigen, dann 20 Dollar, dann nochmal 1990 und 1976 wahrscheinlicher. Erst für den Fall, dass Silber es schafft, durch die genannten Widerstandsmarken über die kleinere Zeiteinheit, durch die 1978 hier Unterstützung auch über den Tag zu sehen und 200-Tage-Linie plus 20-Tage-Linie. 2012, 2020. Erst wenn wir hier drüber gehen, dann hat der Markt wirklich das allergröbste überstanden und sogar eine eher dynamische Bewegung machen. Wahrscheinlichkeit des Tests der 78 wahrscheinlicher. Durchaus dann auch die Möglichkeit erstmal die 20-Dollar-Marke zu testen. Wenn wir auf Gold schauen, da hatten wir miteinander darüber gesprochen in der Wochenausgabe, wenn sie dabei waren, dass wir eher nicht davon ausgehen, dass dieses Dreieck über den 4-Stunden-Statt am Montag aufgelöst werden sollte und es sieht auch nicht so aus, als würde diese Unterstützungszone heute bärisch oder bullisch aufgelöst werden. Jemand hat mir eine freundliche Mail geschrieben und hat geschrieben, du, wie soll ich sagen, du so heller Kopf, warum handelst du denn auch das Dreieck, wenn es noch nicht aufgelöst worden ist, weil ich ihnen gezeigt habe, guckt mal, wir sind hier noch im Dreieck und das muss noch aufgelöst werden, weil es eigentlich schon aufgelöst worden war. Widerstand, Widerstand, Widerstand mit dem Schlusskurs oben drüber, aber wir kommen wieder rein, machen sogar das Höre hoch, kommen trotzdem wieder rein. Warum ist das so? Weil der Chef, der Markt gesagt hat, nee, doch andersrum. Okay? Wenn wir diese aufsteigende Trendlinie bärisch auflösen, merken sich das Tief von Freitag, 1292, ist 1280 mit der 200-Tage-Linie aktiviert worden und wenn der nicht hält, dann haben wir Potenzial, 1255 zu machen, zeige ich Ihnen gleich über den Tageschart. Wenn wir hier 13, 13, 13, 14 per 14 Stunden, 4 Stunden Schlusskurs bullisch auflösen sollten, 1330, 1340 das Potenzial. Bevor ich Ihnen das gleich über den Tag zeige, lassen Sie mich mal einmal rauszoomen, erinnert sich noch irgendwer, wir vergessen das ja immer, dass wir hier so ewig miteinander gesprochen haben, Leute, der Markt hat noch eine Welle und seit hier sagen wir Ihnen immer wieder, Leute, wir erwarten eine quälende Seitwärtsphase, weil große Unterstützung und großer Widerstand. Und schauen Sie sich mal an, was passiert ist. Und ich erinnere mich noch, wie viele von Ihnen hier der Meinung waren, man müsste hier kaufen oder man müsste hier unbedingt mit dem Optionsschein reingehen, dass es die Chance schlechthin ist und wenn man es da nicht kauft, dann kommt die Chance nie wieder. Es ist fast nichts passiert in dieser Zeit. Über ein Jahr wäre sonst ihr Geld geparkt gewesen und gerade die, die Optionsscheine gekauft haben, die implizite Wohler, killt ihr Geld. Wenn ein Markt Merkel so auf den Kopf kriegt, dann ist einfach erst mal eine Party vorbei. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass gleich irgendwie der nächste Sommer kommt und die nächste Riesenparty gestartet wird, extrem unwahrscheinlich. Auch hier hatten wir gesagt, wir erwarten eine quälende Marktphase und wir kriegen sie. Und wir kriegen immer weniger Aufmerksamkeit von den Kleinanlegern für Gold. Und wenn der Ausbruch kommt, umso dynamischer wird er dann auch verlaufen. Das können wir abwarten. So, steigt also, fällt, verzeihen Sie, also Gold unter diese aufsteigende Trendlinie, 200-Tage-Linie, 1283, diese blaue horizontale Unterstützung. Hier Unterstützung, hier durchgegangen, hier mit Karacho durch. Große Unterstützung mit der Trendlinie unten drunter. In etwa dann wäre 1283, dann wäre das Setup nicht mehr da, wäre das Dreieck bärisch aufgelöst worden. Auf der Oberseite sind die Widerstände 1330, horizontal. Trendbegrenzende Linien haben wir bei 1335 und 1350. Der Markt wird uns aller Voraussicht nach noch ein bisschen quälen. Dynamische Bewegungen erwarten wir erstmal, wenn er kommt in Richtung 1330 und wenn er kommt in Richtung 1270. Wir können es nicht ausschließen, dass der sofort ausbricht. Es sieht aber im Moment nicht aus wie ein Ausbruchsmarkt. Wenn Sie die Wochenendausgabe nicht geschaut haben, nochmal der Hinweis, diese Zone mit sehr viel Volumen gekauft worden und deswegen sprechen die Indizien eher gerade für die Bullen, dass der Markt Potenzial hat, die obere Begrenzung des Dreiecks zu testen und sogar Möglichkeit hat, das Ganze sogar auf der Oberseite bullish aufzulösen. Aber wir haben keine Sicherheiten. Wir brauchen Bestätigungen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Anfang des Videos habe ich Ihnen ja schon die Geschichte mit dem Stop Loss und By Brand gezeigt. Ich sage es Ihnen also nur nochmal. Bitte, traden Sie, wann immer Sie traden, mit einer vernünftigen Positionsgröße und vor allen Dingen traden Sie bitte mit einem Stop Loss. Für heute ist definitiv alles gesagt. Vielleicht noch eins. Mein Name ist Hamid Asnashari und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, alle, alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben wenn Sie uns Formationsdätern doch bitte gewogen.